Er ist eine ganz herausragende Persönlichkeit, die einfach ein Berufsleben lang, aber nicht nur im Beruf, sondern auch ehrenamtlich einfach große Privatinitiative zeigte, um psychisch kranke Menschen einerseits zu integrieren, wieder in die Gesellschaft, ihnen ein menschengerechtes Leben zu ermöglichen. Und da war er allen anderen um viele Jahre voraus. Er hat sich hier großartige Verdienste erworben und das weit über das berufliche Ausmaß, über das Geforderte hinaus. Und wir freuen uns, ihm im Kreis der Russen Preis- und Ringträger zu haben.